hallo ihr lieben es ist mittwoch und es gibt die leseliebe und es gibt die unbändige seele von michael ich glaube a singer und zwar habe ich euch glaube ich schon öfter erzählt dass ich an coaching oder an guten büchern oder an guten gesprächen so wundervoll finde dass mir da dann plötzlich auffällt ach deswegen mache ich das so oder deswegen funktioniert das und dieses buch hier ich bin ja jetzt seit über zwei jahren an meiner gelassenheit am arbeiten wie der kölsch so sagt mit martin laschkolnick und seiner truppe ich verlinke das gleich noch mal wer da interessiert ist und durch den bin ich auch auf diesen autor gekommen und wir hatten da erst ein anderes buch gelesen und ich bin von dem dann auf die unbändige seele gekommen und die unbändige seele ist einfach hammer geil und ich möchte dir ein ein thema mitgeben was im moment so mein thema ist und zwar weil ich naja mit 60 plus aber das sind alles glaubenssätze also ich habe sehr viel energie und ich möchte mit dieser energie aber effizient umgehen und ich habe jetzt gerade eben also ich habe euch ein foto gemacht sind noch 37 minuten dann ist das hörbuch zu ende zum kapitel gehört wie der raucher seine energie verwendet oder man kann auch sagen verschwendet und so ist es mit allen sachen die wir extrem machen also wenn ich zum beispiel eine beziehung habe und möchte dass die glücklich ist wenn ich dann aber tag und nacht beisammen bin dann ist das extrem und dann ist das unwahrscheinlich dass dieses ergebnis was ja in der mitte ist wenn etwas ausgewogen ist eintritt und ja wenn da eine zigarette am tag raus wenn du das könntest dann wäre es wahrscheinlich auch nicht so schlimm ich weiß es nicht aber ist jetzt vielleicht auch ein schlechtes beispiel wichtig sind diese sachen die funktionieren wie ein pendel also ich sag ja in meinem gratis kurs einfach mal die perspektive wechseln dass man einfach von dem einen extrem mal beim anderen gucken sollte weil ganz oft ist es so dass es gar nicht so ist wie du denkst und auch gar nicht so funktioniert wie du denkst und in dieser richtung ist dieses buch ein wundervoll sich mit dir selbst versöhnendes buch also du kannst dich mit dir selbst versöhnen ich bin so ruhig geworden weil ich so sachen verstanden habe warum ich sachen früher in einer art und weise gemacht habe dass es mir nicht gut tut also ich kann euch dieses buch nur ans herz legen wenn ihr einfach auf dem weg zu euch selber seid und euch selber noch ein bisschen besser verstehen wollt und liebevoller mit euch sein wollt wenn ihr euch mal was angewöhnt habt was euch vielleicht nicht so gut tut die unbändige seele michael singer meine empfehlung die ich bestimmt noch fünfmal hören werde weil da so einzelne kapitel das waren ja jetzt nur zwei beispiele da sind so tolle sachen drin also genehmigt euch das ich lade euch herzlich ein eure paragrafen sylvia und schau mal in die playlist rein was ich in den letzten wochen monaten so gelesen habe welche autoren da so drin vorkommen du findest da weißt du ich poste gerne mal wenn ich bevor ich in an den boden sehe oder sonst wohin in urlaub fahre im moment plan ich ja die retreats in holland dieses jahr dann frage ich normalerweise in meiner community was kann ich denn so mitnehmen zum lesen oder welche hörbuch empfehlungen habt ihr also meine leseliebe ist eine quelle von richtig tollen büchern eure paragrafen sylvia unter fünf minuten super